Ok Ok, gucken wir mal, was haben wir denn hier sonst noch? Dicke eine Markierung auf dem Ort, kann hinzugefügt Ok Da Ich überlege, ob wir dann generell alles darauf exportieren und haste nicht gesehen Weil wenn wir drei, vier Artefakte starten sollen Und ich hier keins entdecke auf der Karte Ich habe nämlich eben mal ein bisschen geguckt Also ich habe keins so gefunden Also es gibt ja so eine Kapsel ab und zu mal, die hier irgendwo rumliegen Aber ich habe noch nichts entdecken können Daher glaube ich, dass wir das alle nur mit Raumschiffen halt bekommen können Ja Mal überlegen Vier Artefakte aktivieren, das ist doch schon eine Herausforderung Ähm Nahrung Oh, hier ist wieder unter Halb Ok Minus 13 Das wird ja immer schlimmer So Jetzt gucken wir mal mit Wasser Ja Wir brauchen nämlich mal ein bisschen Wasser hier Ist zwar angemessen, aber das ist nicht immer unbedingt korrekt So Jetzt gucken wir aber nochmal Was hatten wir denn? Wir hatten hier ein Krankenhaus Stellen wir mal auf hoch Und eine Ich habe ein Referendum gewonnen Schön Das ist okay Das ist schön Ja, ja Das ist schön Das ist schön Schön, schön Schön Hm Okay, wir warten jetzt einfach mal ab, bis das hier fertig gebaut ist Kriegen wir hin So So Aber hergekriegt Sehr schön Sehr, sehr schön sogar So, wie sieht es hier aus? Erhöhen wir mal die Produktion hier drin, bitte Wir brauchen nämlich zufriedenere Leute Ok, gut Wo, was, wo haben wir zu wenig Arbeiter? Ah, ok, ok Alles klar Können die Arbeiter jetzt hier einziehen? Tun sie auch direkt Das ist doch wunderbar Gut, äh Lagerkapazität wird gleich knapp Dann werden wir direkt hier mal eins bauen Ich überlege gerade auch auf Wir sollten hier mal was hinsetzen Zum Schutz So Ein Schiff hat nichts zu tun Das ist das, was gerade hier erst gelandet ist Das darf jetzt los Das darf jetzt los und die Sachen hier holen So Wenn du das geholt hast, ist bestimmt auch schon wieder was Neues So, wie sieht's hier aus? Der hat natürlich nichts Der hat eigentlich auch noch nichts, was sich hier lohnt, dass er dann wieder nach Hause kommt Was hat zwei Passagiere So Da darfst du hin Dann musst Falsche Maus Also, du darfst hier hin Dann bitte hier hin erkunden Das in die Ecke erkunden Äh Hier unten erkunden Das erkunden Das erkunden Und dann darfst du hier hin Und da darfst du dann warten So Jetzt haben wir auch erstmal Ruhe Okay Ich hab eins der Artefakte ja schon Analysiert Sag ich jetzt mal Oder? Ist er noch nicht fertig? Nee Sind sie noch nicht Obwohl ich sagte, hier sollen ganz viele arbeiten Dann brauchen wir hier wohl mehr Arbeiter und so weiter Eine Empfehlung verdient, das ist doch schön Okay, machen wir mal langsamer und zwar gucken wir mal 66% ist ja nicht wirklich viel Kriminalität ist minus eins Ja, minus eins ist noch im Rahmen, aber trotzdem Wir müssen gucken, wo Wo könnte es, da könnte es sein Da ist es auch Das dürfte erstmal helfen, aber natürlich Ist sowas hier jetzt so schwierig Wir haben jetzt so kaum Irgendetwas hier gemacht dafür So Einen kleinen Park Hier nochmal das und das gebaut Bei 65% Oh Gott Minus 19 Oh, da müssen wir aber ganz schön was gegenhalten, wa? Ich bezweifle, dass ich das hinkriege Das kriege ich nicht hin Da bin ich mir sicher Da müssen wir mehr Energie erstmal für haben Da ist schon ein Park Dann setzen wir hier gegenüber direkt einen Park Und bauen das mal aus Genauso wie das So Das dürfte auf jeden Fall helfen, oder? Denke ich zumindest Beengtheit Was? Beengtheit Hallo, ich habe fast 300 mehr Plätze frei für Leute Das heißt, 300 Wohnungen sind leer Ja? Und ihr sagt Beengtheit Ihr habt doch einen Knall, habt ihr doch Hm Hm Nahrung ist auch nur noch angemessen statt sehr gut oder so Das ist jetzt aber natürlich auch nicht so schön Okay Das ist gut Hier sieht es mit dem Artefakt aus Das ist auch okay Das ist auch okay Okay, okay, okay Okay, das ist definitiv übertrieben Und das macht nämlich gar keinen Sinn So Bei fast 70% gerade mal Ja Ja, angemessen ist das nicht wirklich gut Na 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 Euch ist schon klar, wenn hier keiner arbeitet, dass es kein Essen gibt, oder? Okay, machen wir es mal ein bisschen schneller Haben wir alles ausgebaut, kriegen Nachrichten Schön Das haben wir gekriegt, das ist auch toll So Drohnen dürfen Boost kriegen Viel Spaß Okay, der hat gleich nichts mehr zu tun Haben wir irgendwas noch, was wir entdeckt haben? Ja, das haben wir Äh Das ist noch unterwegs zu diesen Punkten Dann hat er auch nichts mehr zu tun Und der fliegt dann nochmal wieder zurück in die Richtung Weil Sachen haben wir überhaupt noch nichts aufgenommen Das heißt, die brauchen auch noch gar nicht nach Hause Okay Weiter geht's Tja, ich bin am überlegen, was wir brauchen Eigentlich müssen wir nur noch jetzt Nahrung sowas alles ausbauen Und äh Mir ist eingefallen Hier wäre eigentlich ganz gut die Nahrung weiter auszubauen So Wir werden nämlich auch viel Wasser noch verbrauchen Das heißt, wir brauchen mal Wasser hier Das werden wir bei Oh, keine Drohne hier Möglich Okay Äh Da ist besser, gut Äh Theoretisch könnten wir da auch schon hinbauen, aber brauchen wir nicht Okay Okay, da arbeiten sie nicht voll Hier auch nicht Ja Gut, die brauchen wohl, so wie es aussieht Äh, ein bisschen Ansporn Ein bisschen hier Wohnungen und sowas Okay, dafür haben wir keine Energie Dafür eigentlich auch nicht Dann muss ich gleich erstmal nachgucken, warum Okay Guckt euch das komische Ding hier an Guckt euch das komische Ding hier an Artefakt Äh Jetzt haben wir so ein Artefakt Ladeartefakt Bereit für Aktivierung Nutze ein Ladeartefakt, um alle Energiespeicher in der Kolonie vollständig aufzuladen Wow So, das ist jetzt mit dem halt gekoppelt, glaube ich Ne? Kein Artefakt gekoppelt Ach, dann haben wir doch hier irgendwo so ein Ding Da haben wir es Ach, lol Ja, da und da Ja Naja, gut Dann haben wir das schon mal Okay, lädt auf Sehr schön Ähm Setzen wir nochmal welche hin Weil hier hinten ist doch recht ungeschützt noch Und ich überlege, ob wir uns das hier holen Wenig Nahrungsvielfalt Okay, gut Ähm, wo haben wir denn das Handelscenter? Ah, hier Ah Davon haben wir nämlich bestimmt ein bisschen was Jep Dann holt ihr das mal Dann haben wir ein bisschen Melonen Vielleicht gefällt euch das viel besser Ist nur angemessen nicht sehr gut Das ist schade Ähm Lagerkapazität geht gleich auch aufs Grenzwert Okay, gucken wir mal Keine Energie, Leute Ehrlich Keine Energie, Leute Ehrlich Keine Energie, Leute Ehrlich Aber das dauert halt alles wieder voll zu kriegen Das dauert ein bisschen Also ein bisschen Und dann haben wir das auch Wenig Vielfalt Ja, ich weiß 61% Ach du Schande Was, wieso geht das denn? Ach, Gottes Willen Okay Kurz mal Ruhe Also Wir haben Nahrungsvielfalt Probleme Die haben ja eigentlich gedacht, dass ich die hier gelöst habe, indem ich hier verschiedene Sachen baue Dann habe ich aber jetzt hier festgestellt, dass ich hier eigentlich fast gar nichts mehr anbaue Deswegen werden wir das noch hinzufügen Wir brauchen, sobald wir das hier fertig haben Wieso soll ich das überhaupt Dafür habe ich gar kein Mehl Ähm Wir werden das hier erstmal Damit wir Obwohl wir können auch eigentlich Mehl exportieren und so Dann haben wir das auch Jo So Dann kriegen wir Mehl Dann können wir wieder Nahrungsvielfalt anschaffen und machen und tun Äh Ja, können wir auch teilen über alle So haben wir ein bisschen was hier an Nahrungsvielfalt Groji fehlt uns Wir müssen mal das nochmal anbauen Und zwar Nein, das war Da So Wenn wir das angepflanzt haben, dann kriegen wir wieder ein bisschen mehr Nahrungsvielfalt Dann haben wir das Problem auch gelöst Wir dürfen nur nicht bei einem nächsten Referendum dann unter 50% fallen, weil sonst haben wir verloren Und die Stunden, die ich dann hier dran verbracht habe, sind dann auch wieder hinüber So Das ist angemessen durchschnittlich Äh Angemessen Gut Schrecklich Ja gut, da können wir nichts dagegen ändern Wir können nur was gegen So ein bisschen Wohlstand und sowas hier tun So ein bisschen hier und da bauen Aber viel können wir hier auch nicht tun Aber viel können wir hier auch nicht tun Wir können auch noch ein bisschen Schrauben